Willkommen im Hotel Zeritzene. Ich heiße Irina, Sie wünschen bitte. Ja, wann möchten Sie bei uns bleiben? Moment. Ich kann Ihnen ein Luxuszimmer empfehlen. Es hat zwei Zimmer. Ein Schlafzimmer und ein großes Wohnzimmer mit Schreibtisch. Und auch ein luxuriöses Badezimmer. Ja, in allen unseren Zimmern steht Ihnen zur Verfügung moderne Technik. Einen Flachbildfernseher, regulierbare Klimaanlage, Telefon und kostenfreies Plan. Ja, 40% des jeweiligen Zimmerpreises. Möchten Sie im Zimmer ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten haben? Wir haben tapetische Kiesse für Ihre Bequemlichkeit. Es tut mir leid, aber in unserem Hotel darf man nicht rauchen. Wir haben nur Nichtraucherzimmer. Aber Bademäntel und Pantoffeln haben wir in allen unseren Zimmern kostenlos. Geben Sie mir bitte Ihren Pass. Ich muss noch das Formulär ausfüllen. Dankeschön, Frau Grossmann. Unterschreiben Sie bitte hier. Dankeschön. Hier ist Ihre Schlüssel. Zimmer Nummer 24. Es liegt im zweiten Stock. Hier ist Ihre Schlüssel. Zimmer Nummer 24. Der Fahrstuhl ist um die Ecke links. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Dies ist ein Tour-Soupge. Untertitelung des UBSE. Es ist ein Tour-Soupge. Ich wünsche Ihnen einen Tour-Soupge. Wir wünschen Ihnen einen Tour-Soupge.